Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt ja eigentlich keine Argumente, die gegen das Frauenstimmrecht sind. Wir müssen gerne die mal mit ihrer Nägelung. Ich sage darum, es muss einmal noch anders kommen. Wenn die Chance wieder mal ganz wegkommt, dann kann man sie wenigstens noch vielleicht auch eine Albe zu etwas aufhängen. Ihr könnt noch sehen, dass die Frauenstimmrecht runterkommt. Wer das Frauenstimmrecht auf Sanktonaler-Deming einführen will, den beheben Sie an! Wer das Frauenstimmrecht nicht einführen will, der bezeuge es mit der Hand! Das habe ich wohl verstanden! Was mir ist vorgelesen worden! Was mir ist vorgelesen worden! Die Frauen haben abgelöst! Die Absteigungen haben sich das gerade genommen. Ja, also hier oben oben hier... Ich weiß nicht, ob ich die Hände schnell kalt und zählen kann. Ja, da war ein ziemlich viel Buch! Untertitelung des ZDF, 2020